so jo hello dassel willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja heute mal die map fringe am start tipps und laufwege natürlich und ja hat sich wieder jemand gewünscht leute geil dass ihr so aktiv seid und ja dann fangen wir gleich mal an wenn wir hier bei sind leute ja erst mal hierzu je nachdem wir bock habt einnehmen oder nicht ist gerade wurscht auf jeden fall fertig dann hier hin und schau erst mal darüber schön dahin weil ja wenn da einer mit im headless steht dann könnte den locker flockig da weg holen dann würde ich meistens eine blend darüber ja nicht so da rein genau und schau halt ob da drüben jemand drin ist wenn da keiner drin ist schau bleibe ich hier noch weiter und schau kurz da hoch da hocken ist oft wenn da auch keiner ist so schnell wie möglich einfach hier rein und hier ist mal reinziehen dann schaue ich hier so rüber ja ob jemand kommt blablabla dann spawnen sie meistens entweder da unten hier hinten irgendwie und wenn da keiner ist leute könnt ihr hier hingehen dann kommen sie von da hinten und hocken da wahrscheinlich wieder im headless wie sie es gerade hätten halt oder da oben dann könnt ihr auch schnell hier hinter raschen beim bambam bambam genau hier so hoch und sie dann hier von hinten weg snacken und dann könnt sie eigentlich hier in dem haus patrouillieren leute eigentlich ganz lässig hier aber man muss auf jeden fall ein bisschen aufpassen man kann dann hier die weg holen schön wenn da unten jemand kommt könnte sie auch schön weg holen und hier kommen sie auch auf drei weise nämlich hier spawnen leute hier spawnen die entweder fetten sie halt dann da lang oder hier hoch und wollen hier rein also da müsst ihr aufpassen vielleicht auch hier dahinter mal verstecken und sie so weg holen wie es gerade wollt oder das bauen sie auch manchmal könnte sie halt so weg holen einfach um das haus rum patrouillieren das ist das beste so wenn da jemand gehört habt wenn er hier rein geht könnte auch von da halt hier lang und dann hinter ihm kommen auch ganz lässig hier sehr schön weg holen ganz locker flockig das war es eigentlich schon zu der seite leute mehr gibt es dazu nicht zu sagen und ja dann hauen wir gleich mal rein wenn wir hier bei cs bohren das baut mehr hier hinten wird dann hier her meistens nämlich zehn mit einem was eh so schnell geht wenn man wenn alle durchfetzen und erst mal hier reinschauen ob da jemand kommt nein kommt niemand dann hier so hin meistens auch eine flash oder thermit über weil da hocken sie wirklich immer leute immer und dann hier so langsam kommt da in den helllitz zielen dann da hoch und zuletzt hier hinter das auto wenn dann hier alle niemand mehr ist dann fest am besten hier in das auto und holt sie da so wichtig flockig einfach aus der hüfte weg ohne scheiß richtig chillig hier müsste aufpassen am besten geht dahin wenn das auto schon explodiert ist weil oftmals zerfetzt das auto dann genau so das sind so hier dahinter dann genau und dann könnt ihr ganz schnell hier drüber springen wenn dazu viele kommen und hier irgendwie keine ahnung hier in das haus hier hoch dass er hier von hinten snacken kurz hier raus kurz gehen könnt ihr da hinten kurz snacken läuft bei dem ja leute und es war es eigentlich schon einfach auch in dem haus patrouillieren das sollte mir einfach nachläuft bei dem ja einfach in dem haus patrouillieren und dann und um das haus auch rum und dann passt es wenn er auf bei a gespawnt seid müsst ihr aufpassen weil hinter dem auto hocken sie wirklich sehr oft gerne hier könnt ihr richtig schön da rein jumpen leute hier könnt ihr auch dann da hoch ziehen oder da lang wie es gerade wir gerade bock habt genau das war es eigentlich schon das war so mein laufweg wie er wie ich halt lauf paar tipps und ja ich hoffe euch hat das video gefallen lassen darum nach oben da als nächstes kommt die map redwood und ja dann sehen wir uns beim nächsten video wieder der haut rein und ciao ciao